So, wir kommen wieder zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Together Bombs Climboss Multiplayer. Wir spielen zu fünft. Sebastian, zu fünft, ja. Hendrik und der Dennis. Ach, der noch, der noch mehr, ja. Und Ticho und ich, wir spielen als ein Team wieder zusammen an einem Rechner. Aber was gut ist, habt ihr gesehen, in der Mitte, da ist keiner gespawnt. Ja. Ah, komm ich nicht hoch? Hast du das Problem öfters? Bist auch ein Arschloch, weißt du das? Du kriegst jetzt eine Granate in die Fresse. Ey, das bin doch ich, ich hab doch nichts gesagt. Ach so, hier ist noch eine Decke, hab ich gar nicht gesehen. Schade. Das wird eh nix. Ja, wird echt nix. Nein! Entschuldigung! So eine Scheiße, ich wollte über die Vase werfen, weil da steht so ein Explosivding. Ich seh da keine Vase, aber. Du kannst das nicht, ey. Ich lerne ja, ich lerne ja vom Meister. Ey, dein Bernhard war in einer anderen Folge mal total dünn und jetzt ist der voll fette. Ja, was soll er machen, du? Ne, ne! Boah! Boah! Es gab eine schöne Explosion. Es gab eine fette Explosion, aber gar nichts passiert. Weißt du, man muss erst mal gucken, wo sind denn die ganzen Würmer? Wo sind denn unsere Würmer? Die sind rot, ne? Karte aufgedeckt, wo sind denn hier die Würmer? Sebastian, vielleicht kriegst du das ja hin. Natürlich krieg ich das hin. Sebastian ist grad dran? Ja. Dann such mal bitte, welcher Sebastian grad dran ist. Der Grüne? Achso, der da vorne. Der Grüne. Oder auch nicht. Jo, und wie häufig sie abgegrallt ist. Ja, geht da hin. Jo, jetzt sind die Beine auf eine Stelle gegangen. Alter, was soll das? Dein Arsch aus meinem Gesicht. Jetzt hoffe ich nicht, ist Johnny oder Valentin dran. Bitte, der Arsch wäre. Soll ich einfach runter erstmal legen? Ich würde runter und dann Dynamit. Aber nicht springen, nicht springen. Du hast gerade die Vase bewegen mit deinem massigen Körper. Gesundheit noch dazu. Jetzt würde ich da Dynamit hinhauen, weil der eine wird tot sein. Dynamit oder Scharf? Scharf, Scharf, hast recht, Scharf. Dann könnten wir den Adolf noch mitnehmen. Den Adolf. Den Adolf. Der überlebt er schon. Der hat auch fast den Zweiten Weltkrieg überlebt, das schafft er. Beide 65 weg, ey. Da hat der noch ein bisschen was weggekriegt, Nummer 8, ey. Sehr gut. Hab ich mir hart! Oh Mann, ey. Bernhard, erzähl mal, warum bist du so fett geworden, ey? Diese Nahtoderfahrung, die ich hatte, die hat mich echt... Frau und Kinder. Ja, genau. Aber jetzt mal ehrlich, eigentlich wechseln die Namen doch gar nicht. Weil du gibst denen ja feste Namen. Bam! Akari, ja! Akari. Guck mal, sieht aus wie so ne Titte, die da reingehalten geht oben. Sehen Sie das? Der schwarze Nippel. Und da hab ich mir immer viel zu viel Fantasie. Ey, guck mal, der Dennis. Was? Guck mal, das ist die ganze... Der Dennis der Fette, ey. Dann kommt TJ und dann kommt das kleine Kind, ey. Dann könnt die beide einfach aufessen so. Ey, Dennis, isst du eigentlich viel? Hä? Isst du eigentlich viel? Ja, geb ich zu, ja. Geb ich zu, ja. Oh je. Ja, ich bin aber eigentlich nicht fett. Ich bin... Mein Vater sagt, ich bin kräftig gebaut, also fett bin ich nicht. Da sind immer die Eltern, die da sagen, bis meine Kinder fett sind, ey. Ne. Sagt Eric Cartman, sag das auch. Junge Eric Cartman, das kannst du nicht vergleichen. Was war das denn? Hier hat da jemand gerade mal einen Löwen hier reinatmen lassen, ey. Nein, das war ich. Ich hab gekinnt. Ja. Gekifft? Gekinnt. Oh, Sebastian, du Schwein. Ob ich hier kippen würde? Ah! Aber bei den Fetten zieht es noch nicht so viel ab. Ey, das hat er sich umgedreht, habt ihr das gesehen, ey? Ja, die... Die Fettsicht am Rücken ist dicker. Na, Sebastian, du stehst perfekt, dann kannst du gar nicht mehr mit der Rakete reinkriegen. Tim, du bist dran. Das ist ein kleiner, der... Naja, Tim, wenn ich so höre, was Nils manchmal ist, ne, und den trotzdem noch Hunger hat, also, dann hab ich wahrscheinlich einen normalen Hunger. Na, Tim, wieder was testen. Ne, macht er nicht. Der nimmt die Vase mit. Ach, schade, ich hab gedacht... Oder auch nicht. Uh, da kommt... Oh, jetzt liegen da zwei Minen, wenn dann der Nate reinkommt. Viel Spaß. Ja. Pitgänger, hast du Glück, ey. Jetzt fickt er rüber, du Stück. Jo. Der hätte man auch einfach runterspringen können. Oh, kein Sohn. Mit... mit nem... Fallschirm. Ops. Wer hat sie? Dennis, fünf? Bleibs hängen. Oh! Junge, die... ...kleine Pixelkante, alter, scheiße. Das sieht man doch, dass man da hängen bleibt. Hendrix kommt wieder. Mhm. Der ist da wirklich extrem allein, ne? Allein, 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 allein... Ah, nee, warte, ich wollte noch vorher... Er zieht halt die Augen zu mir. Er hat halt rechts noch ne fette Wand, ne? Wir sind allein! Allein, allein... Ja, das Gesundheitsding brauchst du nicht, das ist eher bewertlich. Ja, genau. Das liegt ja nicht im Wasser oder so. Willst du schlecht schlafen gehen? Ist doch scheißegal, ob das Wasser steht, du bist fett. Darf ich weiterspielen? Ja. Ich bin so müde. Junge, der Yolo, der noch mal. Er hat ja die... Er hat ja die Zeit hier. Junge, anstatt, dass du mal springst oder so, ja, ey. Irgendwie das ganze Wasser sich bewegt, alter. Naja, zumindest kannst du mal eine Story vom letztens erzählen. Ja, genau. Die Story wolltest du noch erzählen. Ich bin in der Toilette ausgerutscht und hab' ich mir den Zehnhangel abgerissen. Nein. Also, ich hatte letztens einen Gast, ja. Ich bin ja Kellnerin, nebenbei noch. Neben meinem Hauptberuf und meinem Hauptberuf als Let's Player. Also, ich erzähl' mal, ja. Ich hatte einen Gast. Alter. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt. Tim, machst du mal bitte? Ja, du hattest einen Gast. Einen Gast. Der hat ja mit Karte gezahlt. Und als er mit Karte gezahlt hat, hab' ich halt seine Karte in die Hand genommen, ist ja logisch. Dann konnte ich seinen Namen lesen. Und rate mal, wie der Typ hieß. Der Typ war so alt wie ich ungefähr und sah eigentlich auch aus wie ich. Also, schwarze Haare, dunkle Haut, also braun. Also, nicht so dunkel, sondern einfach normal, also wie ich. In meinem Alter. Und wie hieß der? Mit vorne? Das sagtest du schon mal. Mir fällt gerade dein Name nicht an. Ernsthaft? Dein Wurm heißt so. Adolf. Adolf hieß der Typ. Alter. Ich konnte mich... Ich hab... Ich hab mich echt... Oh, oh. Beherrschen. Beherrschen. Oh, oh. Beherrschen. 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 Ist es blöd, wenn man es halt am Rechner nimmt? Da konnte ich grad nicht richtig steuern, weil du zu weit mit dem Kopf vorne warst. Aber ich konnte auch nichts sagen, weil ich wusste, dass es dann mit Ärger und ich hab nicht so viel Zeit. Ich konnte ja gerade meinen Arm nicht richtig... Ja, warum sagst du denn nichts? Weil du deine Geschichte am Erzählen warst, die ja scheinbar so wichtig war. Ja, die ist doch wichtig. Ich hab einen Gast, der Adolf hieß. Der war so alt wie ich. Was haben sich die Eltern gedacht? Wenn es anfängt zu piepen, ist es dann leer bald? Ja. Und es kratzt schon. Mach ich da denn jetzt? Ja, jetzt müssen eigentlich alle lachen. Wir gehen weg. Findet ihr das krass, wenn jemand Adolf heißt? Findet ihr das irgendwie krass? Ich nicht. Kerstin, teilt aus. Hä? Ja, was? Klingt egal. Kerstin, teilt aus. Bei uns leben noch ziemlich viele Leute, finde ich, dafür, dass sie schon so lange spielen. Fertig. Kamper, echt? Sag mal, wieso sporn bei deinem Fettsack immer alles? Nee. Das kann ja gleich wieder losgehen, ey. Kann mir dafür verschwinden. So, der Trall ist ja sauer. Nee, der wechselt erstmal, der ist doch nicht sauer. Fettsack is going again. Du musst einmal springen und das ganze Becken schwappt. Wieder hoch? Genau wie eben, Alter. Ja, genau. Was hast du bekommen? Ein Beton-Esel, was auch immer das ist. Beton-Esel! Mach den! Benutz den! Benutz den! Benutz den! Irgendwo! Der springt runter, zerstört die ganze Map. Ja, da ist eine gute Ecke. Alter, jawoll! Alter! Junge, wer denn da? Alter, jawoll! Hohohohoh hoh... only two of us gestorben Du bist auch so ein Idiot... án Gracias, status! Dabar... Du hast grad 2 von Sebastian gekillt und 2 von Jim Und mir... Ja, dir ist klar, da ist der Tod also... Der Dennis noch vier Würm cost hat aber was erwartet ist nicht attraktiv ich will an die amal hat immer zu den mädchen sagt hier der dennis der noch vier würmer 8 vielleicht gibt es frauen die auf sowas stehen bei der laketenwerfer in den bernharder wenn er noch 4 römer hat wird bei er sagen nein haben wir sind ein noch mal da oben die 85 und 105 die wenn man beide töten womit was sie noch haben was ist denn eigentlich ein toten gräber der letzte schuss war am besten was ist denn ein toten gräber jemand der die gräber von anderen leuten vielleicht kannst du somit wieder zurückholen kann das sein ja du kannst ja einfach nein nicht hinlaufen ah fuck du schwein das hätte er eben nicht springen dürfen dann wäre es direkt explodiert dann gehen rausschneiden geil alter beste liegt kommt gerade er passt grad voll da ein mutterfucking monster und 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 das trifft dich das trifft dich nein hast du dich getroffen und denn es ist immer noch mit 4 würmern am start der big bad wolf 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 aber sebastian bearbeite den bernard schon seit 4 runden alter er stirbt aber nicht heilig heilige heilige granate kann er noch nicht wenn du verkackst ne alter ernsthaft sebastian früher konnte der mal gut werfen tim du bist tim tim da rechts ist ein wurm da rechts warenwurm da rechts warenwurm da rechts warenwurm da rechts warenwurm blindgänger ansetzen die sind nie blind bei den selbstgelegenen sind keine blinden bei bei den selbstgelegenen sind keine blinden bei bei den bei den bei den bernhard schlägt zurück bernhard schlägt soweit bernhard schlägt soweit du schweig bernhard ach 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 und hendrix wieder der fette typ der gammelt da hinten schon alter luftangriff ne ja andere richtung nein nein das war voll auf dem boden alter oh jawoll hey das ist gut jetzt hat er für unsere angriffe den weg freigemacht wir machen den weg frei wir machen den weg frei volksbanken greifeisenbanken alter nein du arsch sebastian einfach bazooka ja aber ja recht die fett steht jetzt zu dick so aber genau ne genau 35 jetzt abgezogen weder mal hinspringen yeah ja ich sterb gerne die fetten alle die reißen so ein dickes loch über die gegend alter so ein großes loch ne ja 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 am besten irgendwie denn ist da oben bearbeiten mit luftangriff vielleicht zum beispiel wo ich dann 839 und 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 krass aber dann mach doch selber einfach warum sagst du zu mir sagt mir wie macht doch einfach selber dann dann musst du dich sauer auf mich sein jetzt gerade du hast sowieso keinen bock mehr zu spielen ich bin müde das kannst du gar nicht nachvollziehen nächste runde ist auf jeden fall ohne sie wieder ja weil ich müde bin entschuldigung was tust du äh weiß ich nicht kick ihn raus gegen das feuerfass da ist einer ins wasser gefahren er kann wieder seine runde laufen jetzt springen doch einfach mal wie der beton da machst du es genau da wo der dennis ist ja danke ist aber warte wo ist denn der dennis da oben genau auf ihn drauf ja danke du musst genau auf ihn drauf weil sonst trifft er nicht ja du musst genau auf ihn drauf du bist nicht auf ihn drauf da ich hoffe er killt euch noch aber sebastian ist so hardcore man die ganze map durchroffelt und alles plättet macht den raufel kommt er gut so tim wie kriegt ihr den jetzt ist die frage ganz einfach lenk rakete oder jetpack jetpack geht aber nicht für weit natürlich er hat ja noch und noch eins ist nicht schlimm diese warum ist eben immer tipps geben es machte das weiße aus der map raus oder schlägt weg das ist ein fetter oder kommt reicht das ja wenigstens war ich wach war aber ich habe doch auch am anfang wir haben gerade ein super trick gemacht wir haben gesagt hier auf den dennis hier auf den dennis glück gehabt er hat doch auf uns gehen können mit dem beton hese aber den ist natürlich mehr kaputt gemacht aber ohne den hendrik wäre es nicht witzig gewesen weil hendrik zweimal den beton esel hatte ja das war echt cool genau meister erlitten der gegner schaden ja ich war ich bin so kaputt gemacht ok leute geht jetzt schlafen ich werde gleich meinen namen erinnern dann werde ich wahrscheinlich noch mit den anderen noch mal spielen macht's gut leute und bis dahin Tschüss. Tschüss. Tschüss.